Musik Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Story Mode Ja, wie ihr sehen könnt, endlich Chapter 2 ist freigeschaltet worden und ich, ja, werde gar nicht mehr so viel dazu erzählt Und würde sagen, wir starten jetzt direkt durch, ne? Ja, auf jeden Fall So, Spiel wird geladen, wie geht es jetzt weiter? Wir haben uns letztes Mal dafür entschieden Ah, eine Vorschau, okay, sehr nice Heroes can come from unlikely beginnings And broken friendships can lead to dark rival When the world is in danger, fate calls on the ordinary To do extraordinary deeds And go on journeys they only dreamed of Our heroes, thrown together by fate Must now seek help from a legendary inventor But the question remains Will it be enough to save the world? Das wollen wir schwer hoffen, dass es reicht, um die Welt zu retten Und wir sind anscheinend schon auf dem Weg, den Erfinder zu retten Beziehungsweise zu suchen Wir haben uns damals ja für den Ingenieur entschieden Und das ist so cool The amount of engineering it must have taken to do this Automated train tracks running all through the nether Connecting all the different order members And imagine the scaffolding you'd need to make all this Eligard was probably fighting off zombie pigmen with one hand Wiring redstone with the other We're in the nether Watch out for monsters, okay? If we don't get the order back together We're going to get to Eligard's, get her to help us And we're going to save the world I hope you're right We definitely stand a better chance with Eligard's help Uh, Jesse? Holy shit So viel zum Thema Monster-Ausschau halten Wuh! Verdammt, muss ich jetzt was drücken Oh, ein Gast Verdammt, Darks, Alter Oh, nein, nein, nein Die Wagen fallen runter Die müssen die Minecarts retten Eindeutig das Schwert Weil damit können wir was zurückschlagen So long as you really know what you're doing with it Ja, natürlich weiß ich, was ich tue Ich bin Profi So, ich hoffe, das überleben wir auch Na, komm her, du scheiß Gast Ich weiß, ich kann deine Attacken zurückschlagen Ha, wusste ich's doch Ah, hier kann ich auch zielen Okay Badams, in die Fresse, du Misty Das war's schon Sehr nice Die Lorenz sind gerettet Okay, wir sind alle bereit, wieder zu gehen Hitting die Power-Trax Jetzt Kann man mit normalen Minecraft auch die Attacken von dem Gast zurück schlagen Habe ich persönlich noch nie ausprobiert Hier funktioniert's zumindest Aber das war unglaublich Vielleicht haben wir eine Chance, um nach Elagard zu kommen Nach allem Schau, da ist das Sign Redstonia Redstonia, hier wir kommen Redstonia Wir sind am Ziel Ich will hoffen, dass er will die Diestung zu helfen Weil ansonsten wird er ein Problem mit meinem Schwert bekommen Auch mit meinem Keim-Stein-Shirt werde ich einen legendären Baumeister vernichten können Gott, wo sind wir denn hier gelandet? Sieht schon sehr interessant aus Ähm, Treppe zu Ende What the hell Uh, das ist natürlich richtig geil Dass er auch in richtigen Minecraft geht Oh, das wäre so Hammer Ich glaube, ich habe gerade wieder richtig Bock bekommen, Minecraft zu spielen Ich glaube, das muss ich auch mal wieder machen Jason Latino hat die Regie geführt Sehr interessant Also die Story ist auf jeden Fall sehr geil gelungen, muss man euch sagen, Leute Ein großes Lob an die Entwickler, Leute Die Story ist, ich finde, der ist die Hammer Wie wohl der andere Weg ausgesehen hätte Ob ich das dann später mit euch auch nochmal durchspiele, den anderen Weg I want you to know how much I value and adore each and every one of you Your hard work inspires me every day Jessie, there she is I am about to enter my dome of concentration Where I will be unreachable for the foreseeable future But I will emerge when I complete my latest and greatest creation The Command Block Okay Die Welt der Erbauer, so wie es aussieht Oh, Alter, wie geil sieht das denn aus Ähm, okay, es könnte etwas schwierig werden Ja, so viel dazu Ja, äh, was sollen wir jetzt tun? Mr. Calvin, was it? We need to speak to Eligard, it's urgent Oh, I'm afraid that's quite impossible Did you hear the speech? She's on lockdown until she completes her next great invention But lucky for you, I'm here How can I help you? I mean, I'm no Eligard But I'm still pretty cool Well, you need to take us to her It's really, really important No, I'm afraid not Was? Look, I can tell you're not from around here Level with me Who are you? Why do you need to see Eligard? Ich glaube, wir müssen ihm die Wahrheit sagen We don't do tours this time of here I must tell you And Eligard isn't one for appointments I have a message from Gabriel, okay? Eligards old friend? Hmm, you must admit that this all sounds a little outlandish Jesse, show him the Amulet Look, this is Gabriel's Amulet It's how I got here It's how I found Eligard in the first place Das sollte überzeugend sein Well, that is interesting If you'd like, I could send that to Eligard Maybe that would help your mission Might not be a bad idea Na klar Okay, sure, that would be great If I'm not mistaken That should go right to Eligard's private office I might be wrong Could be wrong This place is pretty complicated Speaking of which I'm afraid I have many more things to attend to Than answering all of your questions I must go Better just take this repeater Disabled stair controls We don't want any trouble makers Disturbing Eligard Guess we'll need to get another repeater Right Ja, das sehe ich genauso Der Typ, äh, glaubt, dass es in ihr Privatbüro geht Das ist natürlich, ja, ein sehr überzeugendes Argument Dass er es glaubt, dass es der richtige Ort ist Okay Äh, Kapitol Ansehen Was haben wir hier? Springen wohl Ansehen Ähm, springt da gerade eine Kuh links hoch? Wieso springt da eine Kuh hoch? Ja, es ist wirklich, es ist wirklich sehr, sehr beeindruckend Und was genau sein soll, äh, ich habe selber gar keine Ahnung Würde sagen, wir latschen mal eine Was ist das da hinten? Latschen wir mal zu dem kleinen Kollegen hier Schauen uns das mal an Was macht der denn da eigentlich? Rede mit, rede mit Okay Rede mit, ähm, der offen ist es Hey, how's it going? How you doing? Äh, here to see the next great revolution in entertainment? It is pretty amazing Definitely the sort of creation that Elagard's future protege might make, no? What am I looking at, exactly? This friend of mine is the bovine lava disco Eine lava disco Äh, ja, okay Two loves, cows, and music Elagard's gonna see it and make me her protege for sure Actually, I was wondering Can you spare a repeater? Ooh, sorry friend Uh, actually just used my last one on this puppy Uh, one of the key components That helps the cows dance, ha ha Also, you can Well, that's mighty groovy of you to offer Uh, but I'm doing just fine, thanks So long as that Dunderhead sticks over there I'm actually gonna keep on, keepin on Enjoy the dancing camp Just stay away from that little, uh, schoolboy, alright? He's never had an original idea in his life Ja, werden wir auf jeden Fall machen Ich werde zum Herrn Schuljungen runtergehen Aber vorher werde ich eine Sekunde Doch, gehen wir zum Schuljungen direkt rüber Kann ich hier nicht noch mich woanders Was ist das hier? Kann ich hier nicht einfach klauen? Nee, ich glaube, ich klaue den jetzt mal einfach noch nicht Ich glaube, das macht einen schlechten Eindruck Lavaform, ansehen Okay, den habe ich mir anscheinend schon angesehen Es muss doch irgendwo auch eine humane Methode geben Mal nichts zu klauen Aber jetzt, wenn wir es geklaut haben, war es ja ein grandioser Fehler Was? I can't help but notice you checking out my cowapult, friend It's got an easy-to-use lever right there So feel free to fling a cow Or maybe you'd like to try it on your piggy there first Oh, believe me, he'll love it I've never known a cow not to like it It's safe, right? I mean, I wouldn't want... Oh, I've never known anything so safe in my life Okay, Ruben, it's time for a game of... Super Pig Super Pig Balans Spider Pig Sehr geil, sehr geil, Alter Okay, kann ich das nochmal verwenden? Balans, weg mit der Kuh Hoppla Ja, das sehe ich genauso Ich habe ohne vernünftigen Grund eine Kuh weg katapultiert So muss das sein Hi there W-what? Look, you're gonna have to speak up there Oh, I just said hi Much better What can I do for you? You want to see my TNT cannon? You say something? Speak up now How does your machine work? Still a work in progress But eventually, it'll launch people high into the air So they can see for miles around Was? Überlebt man das denn auch? Wäre ziemlich geil Kannst du uns in die Kuppel befördern? Can you get us in the dome? What? Can't hear you But if it's about getting into Elagard's dome No can't do Sorry Schade, ich glaube, ich muss den doch klauen Ah, aber vielleicht kann ich mir ja selber einen bauen später Hier haben wir noch eine Truhe Ansehen Mal sehen Okay, aber ich glaube, ich muss mich hier noch ein bisschen weiter umsehen Weil das scheint noch nicht alles gewesen zu sein Hä, warum kann ich hier nicht mehr lang gehen? Ach, öffnen Hä, ich verstehe nicht, was hier schief ist gerade Ich konnte hier gerade nicht mehr lang gehen Egal Wir schauen mal Natur nach Okay, kann ich hier hinten noch lang gehen? Ne, dort auch nicht Ah, doch, jetzt ändert sich hier diese Ach, ne Das funktioniert ja nicht Äh Hebel Äh, verwenden It's not safe Duck Watch your language, Missy Yo Hoppla Hups Verdammt, Duck Ähm Ja, sorry, Leute Äh, ja, das war alles geplant Das gehört alles zur Show Keine Panik Verdammt, jetzt habe ich die Kacke hier weggesprengt Der Slime Ach, die ganze Maschine ist kaputt Das ganze Kucat abholt Oh Ja, die glücklich oder traumatisiert sind Das ist eine gute Frage Unser Schweinchen mag die Viecher auf jeden Fall Wir haben Steine Ich will das da nicht klauen Es muss einen anderen Weg geben Schuljunge, ich rede mal mit ihm Hey, hey, what's up, what's up Here to see the best machine that's ever graced Redstonia's shores Some people say I lack modesty Some people just aren't as great as I am Erstmal nett sein Heilige Scheiße The mighty Mechmaster 9 million Yeah, it's huge It's bigger than huge It's immense Does it do anything other than be big? It walks, I think But most importantly It'll totally nab me the spot as Elagard's protege But why am I telling you all this? I'm trying to become Elagard's protege over here Oh, war das jetzt gut? Because he kinda says that you steal your ideas All of them That, no, good, dirty, disco freak I've got a bone to pick with you Steal all my ideas, huh? That's what you're telling people Guess I just call them like a Sam Oh, you are just Well, you know what I call that? Hey, a Redstone repeater That's just what I need Soll ich die einfach klauen? Ich glaub, das ist falsch Nein Ah Gibt es jetzt echt nur den Weg, den Verstecker zu klauen? Reden mit den beiden Oh Oh, komm, Leute Es kann doch nicht sein, dass ich hier mal kriminell werden muss Schließlich hab ich jetzt schon fast alles, was ich brauch, um einen Redstone-Verstecker zu machen Die Maschinen, Alter Was ist das für ein Vieh? Immer, dass du einen richtigen Minecraft auch nachbauen kannst Sieht auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus, so viel Hier wird es noch mehr Erfindungen geben, oder? Oder, oder, oder? Mehr Erfindungen Mehr Erfindungen Wird es hier noch mehr Erfindungen geben? Oh, ja, hier Redstone-Light-Maschine Ach, nee, Flygen-Maschine Verwenden Einfach mal benutzen Oh, nein Oh, nein Nein, 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 nein So hoch Going so very high Sorry Ups Und weg ist sie Mach ich Ich werde dich dafür jetzt erstmal aussaugen Nix Erzähl doch nicht Da muss doch was drin gewesen sein So eine Scheiße Irgendwo werden wir auch dieses dämliche Redstone Mit den letzten Materialien finden Ich werde herausfinden, wo ich die herbekommen Und Leute Auf jeden Fall Wir werden nochmal mit der Farmerin Ach, nee Die hat eine Autofarm gebaut Okay Vielleicht können wir da noch ein paar Zutaten abstraben Aber das kann doch wohl echt nicht wahr sein Dass wir hier nichts finden So Reden mit Ja, Leute Eine weitere epische Folge liegt hinter uns Wir haben jetzt noch einen schweren Weg vor uns Wir müssen es schaffen Irgendwie einen komischen Repeater hier zusammen zu croften Um die Treppen wieder zu aktivieren Das würde mich sehr freuen Bis zum nächsten Mal Tschüss, ciao und auf Wiedersehen Tschüttlü Wir sehen uns beim nächsten Mal.